Hi, ich bin der Kai und heute schauen wir uns mal an, wie wir unser eigenes 3D-Makro für ePlanProPanel erstellen. Dabei gehen wir Schritt für Schritt vor, also wir laden mal das Step-File vom Hersteller runter, wir haben ein Makroprojekt und gehen dann Schritt für Schritt die ganzen Schritte durch, bis dass wir das 3D-Makro auch in unserem Projekt verwenden können. Also, viel Spaß bei diesem Video. Was wir als erstes brauchen, ist ein Makroprojekt. Das Makroprojekt legst du an wie jedes andere auch. Der einzige Unterschied ist, dass du in deiner Projektverwaltung hier unter Art des Projektes Makroprojekt einstellst. Ansonsten ist das ein ganz normales Projekt. Ich würde natürlich mal von dir gerne wissen, wie du deine Makros im 3D sortierst. Hast du ein 3D-Makroprojekt für alle Makros oder legst du zum Beispiel pro Hersteller ein Makroprojekt an? Schreib es auch gerne mal unten in die Kommentare. Ich mache es so, dass ich pro Hersteller ein 3D-Makroprojekt habe. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie erstmal unser Step-File hier importieren. Dafür gehen wir am besten auf die Webseite. Ich habe das jetzt schon mal herausgesucht bei ABB. Und hier findest du dann unter, je nachdem welche Sprache du eingestellt hast, unter CAD-Zeichnung, die Step-Files zum Downloaden. Und wir möchten hier den dreipoligen haben. Das heißt, wir klicken hier mal auf Step und das Ganze wird heruntergeladen. Bevor wir das jetzt importieren, prüfen wir noch kurz eine Einstellung. Und zwar, wenn du in deinem 3D-Makroprojekt bist, unter Verwaltung 3D-Import, prüf doch mal, dass der Detaillierungsgrad hier nicht so niedrig steht. Das ist die Standardeinstellung. Dann sehen die 3D-Makros deutlich besser aus. Alles ist schön rund und nicht so eckig. Das mach am besten, bevor du importierst. Und jetzt wollen wir mal importieren. Dafür gehen wir auf Datei und auf Importieren. Hier auf Bauraum und auf Step-File. Und dann wählen wir unsere Datei aus. Und jetzt sehen wir das Ganze hier schon sehr schön. Und du siehst, dass es hiervon eine einpolige, zweipolige und dreipolige Variante ist. Und deshalb resultiert auch hier raus, dass das Ganze jetzt hier noch nicht ein Bauteil ist, sondern quasi drei Bauteile. Vermutlich ist in der 3D-Zeichnung einfach immer das Ganze hinzugefügt worden. Also müssen wir das Ganze erst mal vereinigen. So, dafür gehen wir mal unter Bearbeiten und dann hier Vereinigen. Und dann hast du nämlich ein einziges Bauteil. Im nächsten Schritt ändern wir mal hier den Bauraumname ab. Ich empfehle dir hier, dass du den Bauraumname am besten nach der Artikelnummer nennst. Das heißt, ich kopiere die jetzt hier so rein und sage Übernehmen und OK. Da kommen wir gleich nochmal hin. Und jetzt müssen wir mal festlegen, wo eigentlich die Einbaufläche des Ganzen. Das heißt, wir drehen das Ganze mal. Und du siehst ja, dass es hier hinten auf der Hutschiene montiert wird. Also finden wir hier unter Einfügen, Einbaufläche definieren, den Punkt. Und müssen das Ganze dann hier mal definieren. Wir definieren hier die Fläche, wo das Ganze nachher auf der Hutschiene sitzt. Jetzt haben wir das Ganze gemacht. Jetzt sehen wir schön, wie der nachher im Schaltschrank sitzt. Also die grüne Fläche markiert nachher unsere Einbaufläche, unsere Hutschiene. Und du siehst, dass es jetzt auch hier so blaue Punkte gibt. Das sind die Anfasspunkte. Die können wir hier auch definieren. Was ich aber als erstes mal mache, ist, dass ich die Anfasspunkte, die ich vielleicht nicht brauche, einfach rauslösche. Also zum Beispiel hier oben die drei Stück. Vielleicht brauche ich auch unten die drei Stück nicht. Dann kann ich auch die rauslöschen. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal rumdrehen, dann siehst du, dass es hier hinten auch noch drei Stück gibt. Und was wir nachher haben wollen, ist, dass unser Anfasspunkt dieser hier sein soll. Also wir wollen ja auf der linken Seite zwischen der Hutschiene, genau in der Mitte, einen Anfasspunkt haben. Und hier gibt es ja auch schon einen. Jetzt kann es allerdings sein, dass du vielleicht die Hutschiene hier verschoben hast, also dass sie nicht mittig ist für das Bauteil, sondern bis nach oben oder unten versetzt. Und du willst sicher sein, dass der Anfasspunkt aber genau in der Mitte ist. Dann definieren wir hier jetzt mal einen Anfasspunkt und scrollen hier rein. Und im Blue Panel kannst du hier einfach zwei Punkte markieren. Also wir markieren mal den Punkt und den Punkt. Und dann springt der Zeiger genau in die Mitte zwischen den zwei Punkten. Und hier können wir jetzt unseren Anfasspunkt definieren. Und damit haben wir dann auch für die Platzierung unseren Anfasspunkt. Und du siehst, der liegt schon ziemlich genau auf dem existierenden blauen Anfasspunkt. Im nächsten Schritt gehen wir nochmal hier in unseren Bauraum auf Eigenschaften. Und hier müssen wir einmal definieren, wo unser Makro nachher abgelegt wird. Also den Makro-Pfad, wo das Ganze ablegen soll. Am besten unter deinem Firmennamen. Und dann hast du ja vielleicht hier irgendwie einen Ordner mit ABB. Und dann gebe ich dir den Tipp, mach das Ganze mit der Artikelnummer und Unterstrich 3D, damit du auch nachher weißt, dass das Ganze das 3D-Makro ist. Also in diesem Ordner unter dem Namen wird gleich das Makro erzeugt. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt mal auf Stammdaten. Und hier findest du unter Makros automatisch erzeugen. Das Ganze machen wir jetzt auch mal. Und dann siehst du, dass hier die Quelle angegeben wird. Du könntest jetzt zum Beispiel, wenn du mehrere Makros in deinem Projekt hast, auch auf das ganze Projekt anwenden. Ich mache das nicht, sondern erzeuge jetzt nur dieses eine Makro. Und jetzt muss ich natürlich einmal in die Artikelverwaltung gehen. Und hier meinen Artikel suchen. Und hier gehe ich jetzt unter Makro. Und unter Grafik-Makro kannst du jetzt dein 3D-Makro hinterlegen. Jetzt haben wir das Ganze gemacht und können das Ganze natürlich jetzt auch nutzen. So, ich habe jetzt einfach mal eine Montageplatte geöffnet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ins Einflügezentrum gehe und nach dem Artikel suche, kann ich mir den jetzt auf meine Hutschiene platzieren. Wenn du den irgendwo in deinem Projekt verbaut hast, kannst du natürlich auch im 3D-Navigator das Ganze direkt rausziehen. Was jetzt noch fehlen würde in dem 3D-Makro, sind natürlich die Anschlusspunkte für die Kabel, beziehungsweise Leitungen. Die müsste man jetzt auch noch definieren. Das mache ich aber in einem anderen Video. Wenn du jetzt noch Fragen hast zum Erstellen von 3D-Makros, schreib sie gerne unten in den Kommentaren. Ansonsten empfehle ich dir dieses Video. Und natürlich freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, wenn du den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst. Und ich freue mich auch immer über neue Kanalmitglieder. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Video.